meine lieben geisterjäger kommen hier auf dem friedhof nachts auf dem friedhof ich musste wieder singen und das war schrecklich das ist ab jetzt haben wir dieses grab geöffnet und wir gehen da mal rein ich heiße euch auf jeden fall herzlich willkommen da müssen wir durch schleim machen das ist okay ein bisschen spritzen ein bisschen cleaner machen sauber machen ist ja voll wichtig hier unsere great schleim pistole exakt immer so wunderbar die spielen für das sind die größten cleaner in der geschichte des gesamten letztlich das ist einfach unvorstellbar was der mann hier sauber gemacht hat das muss man sich einmal vorstellig werden lassen dass sie sehen wir kommen hier durch sonst ist hier nichts mein pet ist um branche klasse kommen wir noch plagen pest und tod hinterher ich werde drauf kommen wir nicht durch gehen wir weiter müssen wir wieder singen guter moooon was 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 hat er nicht geknüpft man wenn ihr bist du ist mani 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 calavera das chewy gennehmer wir gehen weiter Gracias ne ich sage dass ich ein das ist das immer nur an ich bin sensibel von ich bin sensibel wo muss ich mich jetzt will man kann mich daher das ist ja hier komme ich doch hier ja gleich kommen daher das problem ist mit dem pk immer das ist tierisch langsam aber hier kommt daher freunde oder ich meine ich bin ihr wisst ich habe eine total seltsame orientierung aber hier komme ich da her durch diese künft durch das war dann sagt dass das tut mir leid das wollte ich gar nicht dass es da ist noch einer freunde das entschuldigung dass das habe ich nicht gewollt wenn das man nicht schlechtes oben ist das mache ich die jungs hier heimatlos sind wir jetzt jetzt da wieder wo wir angefangen haben es tut mir leid wenn ihr es tut mir leid aber hier komme ich daher dann nicht hey bist du okay wie läuft es mit dem tor ja das weiß ich noch nicht genau das ist eroierig gerade okay okay ah gate control da steht's gate control es rammelt es rammelt es rammelt es rammelt es rammelt hallo gate control ja wie 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 kontrolliere ich denn das gate ich glaube so nicht äh das rammelt es rammelt es rammelt es rammelt es rammelt noch mal sind actor one is coming hey weg man ich gehe mit dem zubi niemand sollte hier allein herumlaufen ich bin tiger und kein zubi wir treffen euch dann weiter hinten jungs okay hey er konnte mit rhein im friedhof okay hey 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 wir machen das erkundung in die friedhof da muss ich auch nicht mehr singen auch gar keine angst mehr haben das ist doch wunderbar die gibt doch zu dass es besser ist als wenn ich hier rum singen oder da oben war was runter da war ihr habt es gesehen da oben war nicht glücklich darüber dass wir hier sind das bin ich auch nicht aber ihr gibt es da oben ist doch gerade was gewesen oder nicht ich ich muss mal wieder ein bisschen sauber machen hey ray was machen wir jetzt ray Komme Carol durch? Ich glaube nicht. Ich komme durch. Cool. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe es gerne übersichtlich auf dem Friedhof, sonst muss ich wieder singen und das will keiner von uns. Da steht einer. Da steht einer. Habt ihr es gesehen? Du hast sie auch gesehen, oder? Die halten sich für geschickt. Los, verteilen und flankieren. Verteilen und flankieren? Ach Gott, wie verteilt man die? Wie flankiert man denn? Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Der sieht ja geil aus. Das ist der Sensenmann, Manny Calavera. Manny. Immer weiter. Manny Calavera. Scannen, ja, scannen. Ich versuche es mal. Ja, ja, ich habe es gescannt. Ich habe es gescannt. Nein, nein, jetzt habe ich es gescannt. Ich habe es gescannt. Boah, das ist voll der Halloween-Sense, Mann. Guck mal, hallo, hallo. Ja, irgendwo in Deckung. Du bist gut, hier ist er. Okay, mach eine Falle. Mach eine Falle. Ray, mach eine Falle. Okay, 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 okay. Alright. Alter, hast du gerade an mir geschmissen, du Penner, ist so unglaublich hier. So. Okay, ich muss entliften. Aber er sieht ja geil aus, muss man schon sagen. Der Sensenmann sieht ja wirklich gut aus, ey. Oh, Mann. Mann. Okay, ich muss mal, jetzt muss ich auch mal hier dicht machen, irgendwie, ganz kurz mal. Und ich hänge mitten im Schleim. Scheiße, 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 scheiße. Aber ich muss das dicht machen, es kommt mir immer mehr nach. Ja, nicht auf mich, was ist das? Was ist, oh, der ist, wo ist er? Peter, wo bist du, wo bist du? Ray, Ray, wo bist du? Ray. Ach, Ray. Wo ist, wo ist der Ray? Oh Gott, wenn ich den jetzt nicht finde und dann sterbe, ist es vorbei, Freunde. Er hat mich erwischt. Ja, wo bist du, wo bist du? Okay, ich gehe mal deiner Falle nach. Wo bist du, wo bist du, Peter, wo bist du, Ray? Jemand ist verletzt, jemand ist verletzt. Ja, 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 ich glaube, jetzt, da bist du ein bisschen, da bist du ein bisschen. Okay. Okay, okay, okay. So. Ja, das ist, das bedeutet auf jeden Fall, er davon. Er hat mich hier in... Ja, klar, wo ist der Falle, wo ist der Falle? Oh. Aber wenn man jetzt die Superfalle, genau, wenn man jetzt die Superfalle... Okay, kann ich die einsetzen? Und es ist, glaube ich, Ray's gewesen, oder? Aber der geht nicht. Was ist, warum... Er hängt. Ray? Äh, Ray? Oh, ich glaube, das ist gerade hängen geblieben. Zieh mir rein. Ich kann nichts machen, Freunde. Ja, ja, ich passe auf, aber ich glaube, du hängst gerade fest, Ray. Ich glaube, ich muss nicht mal ganz kurz hier... Achte auf dein Ziel! Genau, genau! Ich glaube, der bugt gerade. Der gute Beckman, der, äh, der gute, äh... Weil ich kann nichts machen. Der hängt in der Falle, der, der Geist. Gut, ich muss, äh, Ray, ich muss dich irgendwie... Wie kriege ich dich denn weg, Kollege? Ich muss ihn ja irgendwie wegkriegen, weil, ne? Ich bin doch in deinem Team! Ja, aber du bugst fest, Alter! Was soll ich denn machen, verdammte Scheiße! Moment, äh... Okay, das ist ja, das ist ein Bug vorne, ich kann's nicht ändern. Na, ihr seht, das Ding bleibt immer auf dem roten Fisschen stecken. Komme ich denn in die Falle dran? Ich hab genau in die Falle gesehen! Was mach ich denn jetzt? Hey, aufpassen! Scheiße, was soll ich denn machen? Pass auf, okay? Ja, ich hab nur die mit... Davon hab ich was abgekriegt! Ja, aber was soll ich denn machen, Alter? Du bist irgendwie ein Wachsfest. Ja, ich kann nichts machen, Freunde. Hättest du irgendwie hängen geblieben. Ich geh jetzt mal ein ganz kurzes Stückchen weg, einfach. Ne, der wagt fest, Freunde. Tut mir leid. Wie komm ich denn da jetzt wieder hin? Ich kann auch die Falle nicht nehmen. Ne, der Geist kann immer ganz kurz... Bleib dran! Aber es bringt alle nix. Können wir den nehmen? Wir wollen unsere Waffen mal zeigen, aber es bringt nix. Es bringt gar nix. Der gute Backman... Äh, der gute, äh, Dings... Ist das meine Falle? Der backt hier fest. Wir müssen jetzt mal... Ich bin angeschlagen. Ja, ja, aber du, du, du bist auch angeschlagen, Kollege. Wir rennen mal. Kommen wir irgendwie raus? Das wäre natürlich jetzt echt schade, wenn wir jetzt die... Boah, das gibt immer richtig Zünde. Ja, der hängt da fest. Was soll ich machen? Krieg er eh wieder drin? Okay, da wollen wir uns den jetzt mal richtig in Ruhe angucken. Ja, Mann, Leute. Gucken, ob ich, wenn ich da rauskomme, ich weiß, ob es dann weitergeht. Ja, meine Leute, ihr seht mich ein wenig ratlos. Ich kann nicht wirklich viel machen. Der gute Kollege hängt hier fest und ich kann auch mit der Falle nix machen. Oh, Lücken. Es rammelt ohne Ende, aber Ray bewegt sich nicht. Du hast ihn angeschlagen. Geh ins Licht. Okay, da müssen wir mal ganz kurz gucken. Option, Kontrollpunkt neu laden. Wir müssen es probieren, Freunde. Ich weiß nicht, wo wir jetzt rauskommen. Ja, aber ihr seht, der hängt fest. Und insofern... Okay, wenn wir das öffnen... Bist du okay? Wie läuft's mit dem Tor? Haben wir das Tor noch nicht geöffnet? Da ist das Tor. Okay, wir sind auf jeden Fall beim Tor. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir wissen jetzt hier, eine Schleimschnapper. Zinsam. Zinsam. Flup, da ist das Tor offen. Ja, ich konnte nichts mehr machen, Freunde. Dann blieb mir nichts anderes übrig. Da kommen sie auf jeden Fall, ne? Ich gehe mit dem Zubi. Niemand sollte hier allein herumlaufen. Wir treffen euch dann weiter hinten, Jungs. Ray? Mann, die Leute. Die Folge ist jetzt zwar ein bisschen kurz geworden, aber... Ich... Ich glaube, ich muss jetzt mal langsam eine Aufnahmepause machen. Und wir fangen dann hier nächstes Mal wieder an. Warum das da gebackt hat. Ich hoffe, dass wir das jetzt nicht, ne? Dass wir das gleich dann beim nächsten Mal hinkriegen. Jetzt kommen... Wir gehen so langsam, sagen wir mal, dem Ende entgegen. Es werden dann noch ein paar harte Kämpfe kommen. Es wird vor allen Dingen ein Kampf kommen, der ist richtig bitter. Ray, du weißt, wovon ich rede, ne? Der ist richtig bitter, weil das ist, äh... Da habe ich, ähm, super lange dann rumgekraxelt. Das weiß ich noch. Das war auch hier auf dem Friedhof. Und, ähm, das wird auch wahrscheinlich eine Folge mit Überlänge. Diese ist es nicht, ne? Die wird jetzt nämlich hier beendet. Mit dem schönen, ne? Peck auf unserem... In unserem Augenlicht. Und das ist alles... Ach, das ist ganz schrecklich. Ich weiß nicht, warum der jetzt gebackt hat. Äh, wir müssen nochmal gucken, dass wir das nochmal neu spielen. Ich hoffe, dass wir das dann hinkriegen. Und, äh, die Leute. In diesem Sinne, vielen Dank für's Zuschauen. Abhängig an der Freunde. Hat euch verkannt. Ciao, ciao. Sagt euer Geisterjäger Friedhofständer. Die deutsche Spiegelkultur 45 alles ganz schrecklich. Ciao, ciao.